ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ein anderer Name, ein anderes Leben Ich bin Journalistin, ich möchte Ihnen einige Fragen stellen Hi, wollen Sie bei der Suche helfen? Ja Sind Sie mit einem Dorfer verwandt oder befreundet? Nein Es ist das Beste für Sammel und für uns Und ich hoffe, es ist auch das Beste für dich Ich habe ihn gefunden Er hat sein Haus verkauft und ist in einen anderen Staat gezogen Haben Sie seine Adresse? Ich will ihm nur in die Augen sehen Und ihm ein Foto von meiner Familie zeigen Sehen Sie es sich an! Niemand hat sich bei mir entschuldigt Niemand Ich bin kein schlechter Mensch, okay? Ich will, dass der Schmerz in mir aufhört Dass er weggeht Ich bin ein Foto von der Schmerz in mir